Hi, ich bin Patrick und was ich hier in der Hand halte, ist eine einzelne optische Glasfaser so dünn wie ein menschliches Haar. Am Leibniz-Institut in Jena wurde eine Technologie entwickelt, mit der wir diese haardünne Glasfaser in ein leistungsstarkes Mikroskop verwandeln können. Und es ist das Ziel und die Vision unseres Startups DeepN, die Mikroskopie durch die Glasfaser für Nutzer in der Neurowissenschaft, in der Pharmaindustrie und in der Medizin nutzbar zu machen. Ich werde gründen, weil ich Bock auf Neues habe und gerne so viel lernen möchte wie möglich. Am meisten Spaß macht es mir, mit Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenzuarbeiten. In fünf Jahren möchte ich als Teil von DeepN unsere Technologie auch in die Medizin bringen.